Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich selbst habe mich riesig darauf gefreut, dieses Video jetzt endlich machen zu können, weil es geht um ein richtig, richtig cooles Thema. Es geht um die Kategorien. Es geht um die Kategorie Erstellung in WordPress. Aber wenn du jetzt vielleicht denkst oder erwartest, dass ich dir einfach nur zeige, wie man in WordPress Kategorien erstellt, dann wäre das, so finde ich, ein kleines bisschen zu kurz gesprungen. Ich will darüber hinausgehen und dir eben auch zeigen, wie du diese Kategorien nicht nur erstellst, sondern dann auch mit dem Elementor Theme Builder dahingehend integrierst, dass du diese einfach anzeigen lassen kannst. Bedeutet, wir schauen uns gleich meine Webseite an. Da sind aktuell noch keine Kategorien und keine Archivseiten etc. zu finden. Wir werden zuerst eine kleine Bestandsaufnahme machen, dann erstellen wir die Kategorien und wir lassen diese Kategorien Seiten, diese Archivseiten dann eben auch noch ordentlich darstellen bzw. bauen wir die Archivseiten, so ist es vielleicht einfacher ausgedrückt, für die Kategorien. Wenn das Themen sind, auf die du Lust hast, dann bist du hier herzlich eingeladen, einfach mitzumachen. Wir springen gleich an meinen Bildschirm und starten. Doch an dieser Stelle noch ein kleines Wort vorab bzw. zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind. Punkt Nummer 1 ist, Kategorien geben Struktur. Ja, Kategorien sind gut, Kategorien sind wichtig. Sie helfen eben deinem Nutzer deiner Website, das zu finden, was er eben sucht oder eben auf die Seiten zu gelangen, für die er großes Interesse hat, sodass die Verweildauer hoch ist und dass du mit deinen Inhalten eben auch genau die Menschen erreichst, die eben genau danach suchen. Also Kategorien sind gut und wichtig, ja, aber dieser Punkt Nummer 1, deswegen, weil ich dir gern mit auf den Weg geben möchte, übertreibe es nicht mit Kategorien. Halte es einfach. Ich kenne unzählige Beispiele aus der Praxis, wo man eben mit einem Blog gestartet ist und für jedes mögliche Thema, Unterthema und Unterunterthema wurde dann noch eine Kategorie erstellt. Und spätestens, wenn man bei der 123. Kategorie angelangt ist, merkt man, okay, jetzt ist es vielleicht doch ein bisschen unübersichtlich. Also, halte die Kategorien groß und nicht zu nischig. Kategorien sind gut, aber übertreibe es auch nicht. Meine persönliche Faustregel ist da irgendwo in dem Bereich 5 bis 20 Kategorien okay, aber alles darüber hinaus wird dann auch schnell unübersichtlich und die Kategorien sind dann teilweise auch so spezifisch, dass vielleicht nur 1, 2, 3, 4 Beiträge drin sind und das ist dann sicherlich auch nicht Sinn der Sache. Also, das war Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist Struktur schlägt Design. So zumindest meine Auffassung. So, in diesem Video legen wir Hauptaugenmerk darauf, die Kategorien anzulegen, die entsprechenden Seiten dafür einzurichten und eben auch im Header mit der Menüführung, mit dem Navigationsmenü alles dahingehend einzurichten, dass es hoch funktional ist, dass es eben funktioniert, dass die Struktur passt, dass nicht nur du verstehst, wie deine Website strukturiert ist, sondern dass auch ein Nutzer innerhalb von einer Sekunde versteht, okay, hier gibt es das, das und das. Was am Anfang hier nicht so wichtig ist, in meinen Augen, ist das Thema Design. Ein Designer wird dir an dieser Stelle vielleicht immer was anderes erzählen, aber ich bin kein Designer. Und stell dir einfach mal vor, du willst zum Beispiel deine Internetgeschwindigkeit testen. So, du gehst da auf Google, du gibst da einen Speedtest, Internetgeschwindigkeit testen, du kommst auf eine Seite, wo der große Button ist, Test durchführen. Dir ist es vollkommen egal, welche Farben auf dieser Seite ist, wie das alles dargestellt ist, du willst einfach die Geschwindigkeit deiner Internetleitung messen und du drückst auf Speedtest. Egal, was jetzt auf Computer, Bild, Chip oder irgendwo anders ist, du willst diesen Speedtest durchführen. So, und genauso verhält es sich mit deiner Website oder so denke ich auch über meine Website. Da kommt bei mir Design immer an zweiter Stelle, weil Sachen schön zu machen und dann die Farben nochmal anzupassen, die Schriftarten oder die Abstände, die Ecken, ein Bild auszutauschen, sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch keine Herausforderung. Das macht Spaß, dann mache ich mir einen Kaffee, stelle mir den hier hin und mache dann die Seite schön, sage ich mal. Aber das schafft eigentlich so gut wie jeder relativ entspannt, nebenbei vielleicht noch ein bisschen Musik hören, alles gut. Das, was eben immer so diese Blockade ist, dass keine Kategorien auf Webseiten vorhanden sind oder dass sie eben nicht richtig angezeigt werden und so weiter, das liegt darin, dass es strukturelle Probleme gibt, dass man eben nicht weiß, wie man zum Beispiel mit Elementor in WordPress die Kategorien dann auch entsprechend anzeigen lassen kann, sodass sich der Nutzer wohlfühlt, dass er immer das Gefühl hat, okay, wenn ich was über E-Mail-Marketing zum Beispiel wissen möchte, gehe ich hier hin oder SEO, klicke ich da. Das ist doch das, was wichtig ist. Also merkt ihr für meinen wichtigen Punkt Nummer 2 vorab, dass zuerst die Struktur kommt und danach erst das Design. So, Sachen schön zu machen ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, dass deine Struktur passt. Und deine Struktur wird passen, wenn du jetzt bei diesem Video dran bleibst, ein bisschen mitdenkst oder vielleicht auch direkt nebenbei deine Website geöffnet hast und mit mir gemeinsam umsetzt. Ich würde sagen, wir springen auf mein Screen und los geht's. So, da sind wir. Und da wir eben über Struktur gesprochen haben, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar so einen kleinen Notizzettel hier, der wird uns ein bisschen durch das Video begleiten. Punkt Nummer 1 ist die Bestandsaufnahme. Da habe ich gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Kategorien geben Struktur, aber nicht übertreiben. Und Struktur ist sehr, sehr wichtig. Und das Design kann gern auch noch danach angepasst werden. Also, Fokus auf Struktur. Ich denke, ich habe es jetzt oft genug gesagt, machen wir eine kleine Bestandsaufnahme für unseren Punkt Nummer 1, um eben festzulegen, was wir machen. Hier haben wir meine Website stefan-wirt.de. Die ist erst so ungefähr einen Monat online. Also, alles mega frisch. Und Punkt Nummer 1 für dich und warum ich das auf diese Art und Weise aufnehme, das Video, und nicht so ein bisschen plump ist, ich will, dass du da mitdenkst. Denn wenn du eine Website hast und auch Blogartikel schreibst, dann solltest du zuerst einige Artikel schreiben, in der Standardkategorie zum Beispiel, wie sie von Anfang an da ist. Ich glaube, die heißt immer allgemein. Du kannst sie auch umbenennen, zum Beispiel, weiß nicht, mein Blog oder was auch immer. Und wenn du dann einige Artikel hast, dann machen mehrere Kategorien Sinn. Aber stell dir vor, ich hätte hier noch keine Beiträge geschrieben oder vielleicht hast du einen Blogbeitrag und hier oben habe ich eine riesen Menüführung mit mega Menü und allem drum und dran. Und da ist dann nichts drin, außer das Template. Aber man findet keine Beiträge, macht natürlich keinen Sinn. Ich bin jetzt mit dieser Seite an dem Punkt, wo ich für mich sage, okay, Kategorien machen Sinn, jetzt bin ich die ein. So, und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blogbeiträge geschrieben. Und um sich hier eben besser zurechtzufinden, machen Kategorien ab 10 Blogbeiträgen definitiv Sinn. So, also, ich weiß, zu was ich meine Blogbeiträge gemacht habe. Das ist quasi meine Bestandsaufnahme. Und ich möchte dann drei neue Kategorien erstellen. Und ich möchte, dass diese Kategorien hier oben im Header dann ersichtlich sind, sodass man zum Beispiel einfach klicken kann auf Website-Erstellung. Und dann eben alles zu WordPress, Elementor und Co. Dann möchte ich, dass man klicken kann auf Software oder Technik und so weiter und so fort. Das wird sich alles nochmal ändern. Oder da wird was dazukommen, da wird was rausfliegen. Aber wenn diese Grundstruktur am Anfang einmal steht und ich weiß, wie ich die Sachen einrichte, ist das alles im Nachgang nur noch eine Sache von Minuten. So, also, wir gehen nochmal zum Spickzettel. Ich habe ihn wieder zugemacht. Hier ist er, Bestandsaufnahme. Genau, Bestandsaufnahme haben wir gemacht. Du weißt jetzt, worum es geht. Ziel haben wir auch festgelegt. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Und zwar möchte ich drei Kategorien erstellen mit Unterkategorien. So, Kategorie Nummer 1 ist Website-Erstellung mit Unterkategorien Hosting, WordPress, Elementor. Und Kategorie 2 ist Software mit Unterkategorie Plugins, Produktivität und Workflow, E-Mail-Marketing, SEO. Und Kategorie 3 ist dann Technik mit Unterkategorie Video-Erstellung, Tontechnik und Licht. Die Unterkategorien werde ich wahrscheinlich dann nach diesem Video aus der Menüführung nochmal rausnehmen, weil zum Beispiel zu Licht habe ich jetzt noch keine Videos gemacht und da macht natürlich das jetzt am Anfang auch noch keinen Sinn, das einzublenden, aber ich weiß, dass diese Struktur mein Ziel ist, weil das sind die Themen, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige. So, und hier unten siehst du den finalen Punkt, Punkt Nummer 3, die Umsetzung. Und da habe ich zwei Sachen reingeschrieben, weil die eben auch für dich mega wichtig sind und auch wenn du vielleicht auch bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, einfach so mit dem Kopf genickt hast und so, ja, ja, glaub mir, die Dinge, die ich da gesagt habe, die sind wichtiger, als du jetzt vielleicht denkst. Punkt Nummer 3, Umsetzung und ich sage es nochmal, Feinheiten wie Bilder etc. gern am Ende in aller Ruhe bei einem Getränk deiner Wahl anpassen. Das ist entspannt. Lege deinen Fokus auf Funktionalität und ich würde diesen Punkt Fokus auf Funktionalität jetzt zu gern noch fett machen und noch größer, aber ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, wichtig ist Struktur, Funktionalität, schön machen, mach das gern später. Diese Website ist erstellt mit WordPress und Elementor Pro. Warum sage ich das? Weil, wenn man Elementor Pro hat, dann kommt man auch in den Genuss, den Elementor Theme Builder zu nutzen, den wir jetzt hier natürlich auch nutzen werden. Alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn man mit verschiedenen Kategorien arbeitet und die Sachen eben ordentlich anzeigen lassen will. Es gibt Workarounds oder Themes, die gewisse Sachen auch schon haben, aber darüber möchte ich jetzt hier nicht diskutieren, weil Elementor Pro bietet sich für die Darstellung verschiedener Kategorien optimal an. Wenn du vielleicht bislang erst mit der Elementor Gratis-Version arbeitest, dann geh gern auf die Website stefan-wirt.de slash tools Enter und da habe ich einige Sachen aufgelistet, die ich natürlich auch verwende und hier gern weiterempfehle und hier ist auch Elementor verlinkt. Wenn du noch keinen Elementor hast oder zur Pro-Version wechseln willst oder wie auch immer, würde ich mich natürlich freuen, wenn du hier über meinen Affiliate-Link gehst, da kriege ich eine kleine Provision. Du zahlst nicht mehr. Also stefan-wirt.de slash tools So, wenn wir aktuell auf der Startseite von stefan-wirt.de sind, dann siehst du hier meine Startseite, was keine statische Seite ist, sondern ich habe in WordPress unter Einstellung eingestellt, deine Homepage zeigt deine letzten Beiträge. Bedeutet, das hier ist eine Archivseite. Wie du bis zu diesem Punkt, an dem ich ja auch bin mit meiner Website kommst, das habe ich dir bereits gezeigt im Video von mir zum Elementor Theme Builder. Also wenn du hier mitmachen willst und das ein Thema ist, was dich interessiert und du vielleicht noch nicht so weit bist, dass du ein paar Blog-Beiträge hast und dass deine Website schon steht, dann schau dir auf jeden Fall mein Video zum Elementor Theme Builder an. Dort erkläre ich dir, wie du quasi bis genau an diese Stelle kommst, wo ich jetzt hier gerade bin und dann geht es quasi weiter. Mit den neuen Kategorien wird das dann alles für dich auch noch viel, viel übersichtlicher. Also, ich schlage vor, wir legen zuerst die Kategorien an und dann erstellen wir die Elementor Archivseiten, so dass das dann eben alles auch ordentlich angezeigt wird und dann binden wir die ganze Geschichte noch in unsere Menüführung ein. So, wir sind im WordPress Backend und gehen zu Beiträge und dann klicken wir auf Kategorien. So, ich mache jetzt nebenbei hier mal meinen Spickzettel auf mit den Kategorien, die ich erstellen möchte. Das mache ich mir hier so ein bisschen an die Seite und dann erstellen wir hier unsere Kategorien. Aktuell haben wir nur eine Kategorie, die hatte ich umbenannt in alle Artikel und die Archivseite, die wir auf der Startseite sehen, die zeigt eben alle Artikel an, die in der Oberkategorie bei mir alle Artikel sind. So, jetzt erstellen wir eine neue Kategorie und ich nenne die Kategorie Website-Erstellung. Sehr gut. Dann haben wir hier Titelform. Ich weiß nicht, ob er das automatisch macht. Wir schauen mal rein. Zack. Ja, hat er automatisch gemacht. Also, das ist dann immer klein geschrieben und mit so einem Strich in der Mitte. Okay. Dann erstellen wir die nächste Kategorie und die nennen wir Software. Neue Kategorie erstellen. Dann erstellen wir die nächste Kategorie und die nenne ich Technik. Dann erstellen wir unsere Unterkategorien. Da habe ich zum einen Hosting WordPress und Elementor. Also, Hosting. Übergeordnete Kategorie Website-Erstellung Kategorie erstellen. Dann habe ich Wordpress. Übergeordnete Kategorie Website-Erstellung Kategorie erstellen. Und Elementor. Der Page Builder, mit dem ich arbeite. Übergeordnete Kategorie Website-Erstellung. Dann haben wir Plugins. Übergeordnete Kategorie ist Software. Neue Kategorie erstellen. Dann haben wir Produktivität und Workflow. Schreibe ich das auseinander. Workflow. Software-Kategorie erstellen. Gucken wir hier. Titelform. Ja, passt. Sehr gut. Dann haben wir E-Mail. Marketing. Übergeordnete Kategorie ist halt Software. Software. Neue Kategorie erstellen. Dann haben wir die Kategorie SEO. Übergeordnete Kategorie ist auch hier Software. Okay. Dann haben wir Videoerstellung. Videoerstellung. Übergeordnete Kategorie ist Technik. Erstellen. Dann Tontechnik und Licht. Dann sind wir schon fertig. Genau. Videoerstellung ist hier. Jetzt kommt Tontechnik. Übergeordnete Kategorie Technik erstellen. Und zu guter Letzt noch Licht. Übergeordnete Kategorie Technik Kategorie erstellen. Sehr schön. Das sieht doch erstmal gut aus. Jetzt haben wir natürlich noch die Herausforderung, dass wir die ganzen Blogbeiträge, die beim Wischen vorhanden sind und die auch bei dir schon vorhanden sein sollten, in die richtigen Kategorien einordnen. Dazu gehen wir zu Beiträge. Dann haben wir hier alle Beiträge und ich gehe zu meinem ersten Beitrag, sage Quick Edit, also schnell bearbeiten und da komme ich hier auch in die Kategorien rein. Und hier geht es jetzt um Ionos WordPress installieren in sieben einfachen Schritten. Also geht es um Hosting und um WordPress. Okay. Also alle Artikel bleibt drin. Dann suche ich mir die Oberkategorie. Das ist Website-Erstellung und Hosting und WordPress. Ich klicke auf Aktualisieren. Dann machen wir das jetzt noch mit allen anderen Artikeln. Der Artikel Website Tools ist bei mir eine kleine Besonderheit, denn das sind wir hier mal außen vor. Jetzt haben wir Elemento WordPress im Handumdrehen einrichten. Den machen wir noch gemeinsam und dann spule ich ein bisschen vor oder schneide das raus, wie ich eben alles einordne, weil damit möchte ich deine Zeit jetzt nicht beanspruchen. Also Elemento WordPress im Handumdrehen einrichten. Da sage ich wieder Quick Edit, überlege mir, worum geht es hier. Okay, es geht um Elemento und WordPress. Das bedeutet, auch hier bin ich wieder im Bereich Website-Erstellung, Elemento WordPress und ich klicke auf Aktualisieren. So, ich mache mal schnell die restlichen. Ich merke gerade, wenn man schon einige Blogbeiträge erstellt hat und dann hier die Kategorien zuordnet, das macht richtig Spaß, zumindest mir macht das richtig Spaß, wenn man weiß, okay, danach wird das dann so mega, mega cool alles angezeigt und der Nutzer findet sich auch besser zurecht. Das ist richtig, richtig cool. So, Punkt 1 von 3, check. Wir haben jetzt alle unsere Blogbeiträge in die entsprechenden Kategorien hier eingeordnet. Jetzt kommt Punkt Nummer 2. Wir bauen die Archiv-Templates für die verschiedenen Kategorien und dann Punkt Nummer 3. Wir binden die Kategorien auch noch in unseren Header ein, sodass sie eben leicht zugänglich für den Nutzer sind. Und hier noch ein kleiner Tipp an der Stelle, solltest du hier die Kategorien nicht sehen in der Beitragsübersichtsseite, dann geh einfach hier in WordPress auf Ansicht anpassen und dann kannst du hier die Kategorien auswählen. Jetzt gehen wir zu Templates, Theme Builder und gelangen somit zum Elementor Theme Builder. So, ich gehe jetzt hier mal in den Bereich Archiv und hier sehe ich mein Archiv-Template für alle Blogbeiträge. Wir sagen mit Elementor bearbeiten und schauen hier mal rein. Was ist das richtig? Das ist meine Startseite, die wir auch auf stefan-wirt.de sehen. Das ist meine Archiv-Seite eben für alle Blogbeiträge, weil meine Startseite, wie bereits erwähnt, keine statische Seite anzeigt, sondern soll eine dynamische sein und zwar eine dynamische, die alle meine letzten Blogbeiträge beinhaltet. Das habe ich hier gemacht mit dem Element Beiträge. Hier kannst du ja gerne auf Pause drücken, das bei dir genauso einstellen wie bei mir. Ich drücke mal kurz alles durch, sodass du das bei dir dann vielleicht auch machen kannst, aber wie gesagt, schau dir da am besten nochmal mein Video zum Elementor Theme Builder an. Da habe ich das alles erklärt. Also hier hast du das Layout, wie ich es bei mir eingestellt habe. Dann siehst du hier die Abfrage, die Paginierung, wenn es dann eben irgendwann zu viele Beiträge wären, dass dann eben unten noch Seiten 1, 2, 3 und so weiter angezeigt werden. Stil habe ich ein bisschen was angepasst. Ich klicke alles durch. Wie gesagt, du kannst ja einfach auf Pause drücken. Bild, Inhalt, Paginierung und erweitert habe ich, glaube ich, hier dann nichts weiter mehr eingestellt. Genau. Warum habe ich die Seite für alle meine Blogbeiträge hier jetzt geöffnet? Weil wir machen jetzt das folgende und zwar Trick 17. Wir klicken hier unten auf die Optionen rechts neben Speichern und sagen als Template speichern. Das, was ich mir jetzt hier speichere, das werde ich später wieder löschen. Deswegen sage ich XXX löschen alle Beiträge. Das brauche ich nur jetzt zum Kopieren und Einfügen. Aber ich werde es dann, wenn das Video fertig ist, wieder löschen, um selbst nicht durcheinander zu kommen. Und ich kann dir das nur empfehlen, wenn du dir was zwischenspeicherst, dann überleg dir irgendeine Markierung im Namen, mit der du dann eben später auch wieder weißt, okay, das will ich löschen. Ich habe mich da eben für diese Markierung entschieden, dass ich dann immer weiß, okay, die kann ich bedenkenlos löschen. Da geht nichts kaputt. Das war übrigens ein wichtiger Hinweis, weil wenn du schon viel mit dem Elementor Theme Builder gearbeitet hast, weißt du vielleicht, was ich meine und was man auch kaputt machen kann, wenn man versehentlich die falschen Templates löscht. Alles schon passiert, alles Erfahrungswerte. Okay, wir klicken jetzt hier auf Speichern. Und ich schlage vor, ich arbeite jetzt einfach mal hintereinander weg. Du wirst schon verstehen, wie alles funktioniert und kannst dir dann auch gerne Passagen, gerne noch ein zweites Mal angucken. Wir sagen an dieser Stelle Elementor verlassen. Dann gehen wir hier wieder in den Bereich Templates, Theme Builder, Archiv. Dann legen wir jetzt ein neues Archiv ein, das nennen wir dann Archiv Template. Und dann nicht Blog Alle, sondern unsere neue Kategorie. Also ich sage, neu hinzufügen, Archiv, okay. Archivname, Archiv oder ich schreibe mal Englisch Archive oder Archive, weiß nicht, wie man es ausspricht. Template und dann schreibe ich Website Erstellung, unsere Oberkategorie Nummer 1 von 3. Ich klicke auf Template erstellen und dann gehe ich hier zu meine Templates. Und hier finde ich dann schon xxxx löschen, alle Beiträge, perfekt. Ich sage einfügen, alles importieren, ja. Und dann habe ich hier wieder meine Startzeit. Wie cool ist das denn? Die Kopfzeile ist natürlich dynamisch. Die ist jetzt hier nur, weil die überall angezeigt wird, genauso wie der Footer. Wir konzentrieren uns auf den Rest, den eben dieses Template beinhaltet. Hier sehen wir das, worum es geht. Hier steht jetzt aktuelle Anleitung. Das würde ich jetzt austauschen in die neue Beschreibung. Website Erstellung. Zack. Website Erstellung. Wie gesagt, das kann man später nochmal umbenennen oder irgendwie. Alles kein Problem. Jetzt geht es erstmal nur um diesen Punkt, der uns am wichtigsten ist, nämlich die Struktur. Okay. Und hier gehe ich jetzt auf das Element Beiträge und mache jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar gibt es hier den Punkt Abfrage. So. Ich schaue erstmal, ob ich was ausgeschlossen habe. Ich habe hier die Website. Ja, das passt. Das ist bei mir eine kleine Besonderheit. Also, wir wählen Beiträge, Beifügen, Include by, Term. Dann schauen wir hier rein und geben. So, hier wird schon angezeigt. Kategorien, Doppelpunkt. Oder wir geben mal eine Kategorie ein, zum Beispiel die Website Erstellung. Und ja, so funktioniert es. Also, Kategorie Website Erstellung und et voilà, es ist vollbracht. Wir haben schon eine Archivseite, wo alle Beiträge aus der Kategorie Website Erstellung, haben wir gerade erstellt, angezeigt werden. Wie cool ist das denn? Ich prüfe das kurz und ja, hier geht es immer um die Website Erstellung. Okay, das ist die Archivseite, bedeutet, hier brauchen wir jetzt, äh, oder lassen wir es drin? Abonniere den Kanal auf YouTube. Ja, können wir drin lassen. Ähm, Paginierung haben wir auch schon drin, sollten es ein paar mehr Beiträge wären. Und zwar, wo sehen wir das? Im Bereich Layout, wenn es mehr als zwölf wären, geht es dann hier unten mit der Paginierung los. Äh, Seite zwei, drei und so weiter. Das passt, wunderbar. Jetzt könnte man auch überlegen, wenn es am Anfang noch relativ wenig Beiträge sind, dass man hier jetzt nicht, äh, so ein Dreispalten-Design macht, sondern vielleicht so ein Zweispalten-Design. Ja, so gefällt mir das schon besser für die Archivseiten, für die einzelnen Kategorien, weil, wenn wir auf der Startseite sind, haben wir hier so einen Überblick mit aktuellen Anleitungen, also mit allen Videos. Und dann geht man hier oben später in die Kategorie rein und dann ist es schon ein bisschen präsenter. Und wenn man hier draufklickt, kommt man auf die Single-Post-Seite, die wir natürlich auch mit dem Elementor-Theme-Bilder erstellt haben, wo dann das Video sehr populär dargestellt ist. Also, ich denke, du verstehst, dass das so Sinn macht. Und hier machen wir auch Menü-Anker rein, sodass wir auch von woanders schnell hierher verlinken können. Das nennen wir jetzt nicht aktuelle Anleitung, sondern wir nennen das jetzt Website-Erstellung. Also, sehr schön. Auch richtig geschrieben? Ja. Okay. Und du siehst, dass hier oben dieser Bereich jetzt, wo es zu den Videos geht, natürlich nicht mehr so viel Sinn macht. Da würde ich jetzt was anderes reinmachen. Ich habe da schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar machen wir hier das folgende. Wir löschen diesen Bereich. Zack. Dann löschen wir auch diesen Bereich. Zack. Dann gehen wir hier drauf. Das hier ist jetzt nur noch ein Abschnitt. Da muss was drin sein, damit der Hintergrund auch richtig angezeigt wird. Da will ich dich jetzt nicht verwirren. Wir sagen hier einfach mal, wir suchen nach Abstand, machen den hier rein, machen den auf Null und belassen es erstmal dabei. So. Jetzt gehen wir hier beim Abschnitt auf Stil, Hintergrund, kein Verlauf, sondern hier wählen wir jetzt ein Bild. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Wir klicken auf Dateien hochladen und ich wähle ein Bild aus, was ich vorbereitet habe. Und zwar hier im Ordner Downloads Website Erstellung. Ich klicke auf Hochladen und ich lade auch gleich noch die anderen zwei für die zwei anderen Kategorien hoch, die ich schon vorbereitet habe. Da klicke ich nochmal auf Dateien hochladen und jetzt wähle ich die Kategorie 2. Das ist unsere Software. Hochladen und dann klicke ich nochmal für die dritte von drei Kategorien auf Datei hochladen, Datei auswählen und jetzt haben wir die Technik. Wunderbar. Natürlich denken wir direkt nach dem Upload an unsere SEO-Optimierung und kopieren den Titel nochmal in den Alttext, in die Beschreibung. Das gleiche machen wir hier bei Software. Zack, zack. Und die Bildgröße wird optimiert durch Imagify. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Du siehst jetzt hier, Optimierung läuft, aber wir wollen nicht abschweifen. Wir sind bei der Website Erstellung. Ich klicke auf Medien einfügen. Und ich sehe, dass die Darstellung jetzt hier ein bisschen komisch ist. Bedeutet, ich probiere etwas anderes. Ich suche nach dem Element Bild, nehme mir dieses und kann das hier nicht reinziehen. Wir machen folgendes. Ich klicke hier unten auf Plus. Einfache Struktur. Nehmen das, ziehe mir das ganz hoch. Jetzt nehme ich mir hier nochmal das Element Bild. Zack, dann nicht Large. Originalgröße. Bild auswählen. Website Erstellung. Zack. Medien einfügen. Gefällt mir schon besser. Das vorher. Macht da nicht so viel Sinn. Denn zuallererst gehen wir auf Erweitert, Uncheck, Uncheck, überall die Null. Dann gehen wir auf das Bild an sich, Erweitert, Uncheck, Uncheck. Sodass es auch wirklich jeden Platz ausfüllt und keine sinnlosen Abstände sind. Hier machen wir das gleiche in der Spalte. Und du siehst, jetzt haben wir es schon mal ein bisschen größer als vorher. So, jetzt gehen wir nochmal auf den gesamten Abschnitt und suchen im Bereich Layout die Inhaltsbreite. Da haben wir boxt. Das wollen wir so nicht haben. Wir wollen volle Breite. Et voila. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Aber ich finde es wunderschön. Und wie ich bereits anfangs erwähnt habe, das Bild kann ich immer nochmal ändern. Die Schrift hier, wenn mir die nicht gefällt und ich merke, das passt nicht zum Rest, was ja so ein bisschen anders gemacht ist, kann ich immer nochmal ändern. Mit Canva. Da habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Da kommt auch noch mehr. Da wollen wir jetzt nicht vom Thema abschweifen. Aber das ist das, worum es nicht geht. Weil ein Bild austauschen, das ist mit einem Klick gemacht. Uns geht es jetzt erstmal um die Darstellung, um das Design. Was mir jetzt hier noch auffällt, ist, dass ich oben gern vielleicht noch so ein kleines bisschen Abstand haben würde. Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt hier oben vielleicht sage 20, ein bisschen mehr Abstand. Ja, so finde ich es besser. Dann schaue ich mir nochmal an, wie das auf dem Tablet aussieht. Okay. Hier merke ich jetzt auch natürlich, okay, das Bild von mir könnte noch ein bisschen größer sein. Aber da kommen wir wieder an den Ausgangspunkt zurück. Das kann man alles später noch machen. Dann schauen wir nochmal auf dem Handy. Da bin ich tatsächlich ein bisschen sehr klein. Aber auch das kein Problem. Kann man alles später noch machen. Ich würde dann einfach so rangehen, dass ich sage, ich mache das von der Höhe noch ein bisschen höher. Aber so ist erstmal gut, wie es ist. Wir haben die richtigen Blogbeiträge, die hier angezeigt werden. Und wenn es noch mehr wären, dann geht unten auch die Paginierung los. Also ich bin erstmal glücklich. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum gehe ich diesen Zwischenschritt für die Archivseiten mit den Kategorien, dann kann ich dir sagen, das liegt daran, dass es Sinn macht aus SEO-Gesichtspunkten. Aber nicht nur deswegen, sondern schau mal hier links, schau mal hier rechts. Hier kann ich dann natürlich Affiliate-Links positionieren oder Werbung, Google Ads für den Bereich Website-Erstellung. Und im Umkehrschluss dann natürlich auch im Bereich oder in der Kategorie Software und Technik Links positionieren, die für das jeweilige Thema der Website-Erstellung perfekt passen. Also ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde das mega, mega cool. Ich schlage vor, wir machen fertig. Und zwar klicken wir jetzt hier unten auf als Template speichern. Dann geben wir wieder unseren berühmt-berüchtigten Namen dreimal das X. So, ich habe jetzt einfach mal die zweiten dran gesetzt und ich sage speichern, weil hey, wir haben ja noch zwei Kategorien und dann müssen wir sie nur noch einbinden. Das geht ja schneller als gedacht. So, ich klicke auf Speichern und dann kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich jetzt fast vergessen hätte. Und zwar ist das der wichtigste Punkt von allen. Und zwar kommt hier, dank des Elementor Theme Builders, die wunderschöne Frage, wo möchtest du dein Template anzeigen? Also wann kommt dieses Design zum Vorschein? Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Hier sage ich jetzt Bedingungen hinzufügen, beifügen, alle Archive, nein, sondern nur Kategorien. Und dann muss ich mindestens ein Zeichen eingeben, das Way für die Website-Erstellung und Website-Erstellung. Also alle meine Beiträge mit der Kategorie Website-Erstellung, die werden archivtechnisch jetzt mit diesem Design, was wir eben in zwei, drei Minuten erstellt haben, dargestellt. Das ist doch eine tolle Sache. Wir klicken auf Save and Close. Ob alles funktioniert, testen wir am Ende. Aber ich verrate dir schon an der Stelle, es wird perfekt funktionieren. So, wir verlassen Elementor und kümmern uns jetzt noch um die Archivseiten für die zwei letzten Kategorien. Das bedeutet, wir gehen zu Theme Builder, dann wieder in den Bereich Archiv. Archiv, wir sagen neu hinzufügen, Archiv, OK, dann wieder Archiv, Template für Kategorie Nr. 2, Software. Dann klicken wir auf Template erstellen. Und jetzt geht alles noch schneller, weil wir haben ja gerade das Template aus dem Bereich Website-Erstellung abgespeichert. Das bedeutet, wir gehen jetzt zu meine Templates und suchen hier das XXX mit der 2 am Ende, sagen einfügen, alles überschreiben, ja klar. Und dann brauchen wir nur noch das Bild oben ändern und diesen Text hier. Bedeutet, wir haben jetzt nicht mehr die Website-Erstellung, sondern die Software. Oben beim Bild klicke ich rein und währe jetzt einfach mein Bild zur Software aus und ich sage Medien einfügen. Boah, cool. Jetzt haben wir Plugins, Produktivität und Workflow, E-Mail-Marketing, SEO. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, bei den Beiträgen noch einzustellen, dass eben nur das angezeigt werden soll, was zur Kategorie Software zählt. Dazu einfach hier, klick auf die Beiträge, dann gehen wir in den Bereich Abfrage, Beiträge beifügen. Und hier haben wir jetzt drin die Kategorie Website-Erstellung. Das stimmt ja nicht. Hier wollen wir jetzt gern, dass alle Beiträge zur Kategorie Software dargestellt werden. Und wir wählen die Kategorie Software. Und wir haben alle Beiträge zur Kategorie Software. So, jetzt brauchen wir nur noch auf Speichern klicken, Bedingungen hinzufügen. Hier kennst du dich bereits bestens aus. Und wir sagen Beifügen. Kategorien. Nicht alle, sondern Software. Und wir klicken auf Save and Close. Wie schnell ging das jetzt? Eine Minute. Mal schauen, ob wir beim dritten von drei noch schneller wären. Also, Elementor verlassen. Templates. Theme Builder. Archiv. Neu hinzufügen. Archive. Template. Technik. Template erstellen. Meine Templates. XX2. Einfügen. Ja. Nicht Website-Erstellung, sondern Technik. Mir fällt gerade ein, dass wir den Menü-Anker hier bei Software auch noch anpassen müssen. Das haben wir gerade vergessen. Ist aber nicht schlimm. Dann gehen wir zum Bild. Wir klicken drauf. Haben schon alles hochgeladen. Technik. Einfügen. Bild. Geändert. Überschrift geändert. Beiträge. Du kennst dich bereits bestens aus. Abfrage. Beiträge beifügen. Türmen. Website-Erstellung. Nein. Sondern jetzt Technik. Ups, da hat er nicht geschrieben. Technik. Technik. Perfekt. Alle Beiträge, die wir bereits zur Kategorie Technik erstellt haben. Wir klicken auf Speichern. Bedingungen hinzufügen. Alle Archive. Nein. Wir wollen Kategorien. Und suchen nach Technik. Zack. Save and Close. Perfekt. Wir gehen raus und kümmern uns noch kurz um den Menüanker in unserem Archiv. Template. Software. Software. Und wir klicken auf Speichern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon gespannt, ob am Ende alles schön dargestellt wird. Dazu kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 3 von 3. Und zwar ergänzen wir jetzt die Kategorien in unserem Menü. Weil wenn du die Kategorien nicht irgendwo einbindest, sodass der Nutzer eben auch darauf zugreifen kann, dann hast du vielleicht ein paar SEO-Vorteile. Aber sie sind nicht wirklich ersichtlich und das macht dann natürlich auch keinen Sinn. Also, wir verlassen den Elementor Theme Builder und gehen in den Bereich Design Menü. Und jetzt machen wir das, was Spaß macht. Wir sagen Kategorien und hier haben wir jetzt die Website-Erstellung, WordPress Elementor Hosting und so weiter und so fort. Hier fehlen ein paar Unterkategorien, sehe ich gerade. Haben wir die noch gar nicht häufig genutzt? Achso, haha, wir gehen auf Alle Anzeigen und die Häkchen hier sind wieder raus. Also, alle Anzeigen. Jetzt markieren wir alle Kategorien und deren Unterkategorien, die wir erstellt haben und klicken auf Zum Menü hinzufügen. So, jetzt ist erstmal alles nebeneinander dargestellt. Das macht natürlich keinen Sinn. Fakt ist, ich möchte die Tools in meiner Menüleiste, wenn ich das hier sehe, ganz am Ende haben. Und die Kategorien davor. Das bedeutet, ich nehme mir diese Tools, gehe hier nach unten und mache die erstmal ans Ende. Dann habe ich meine Oberkategorien Website-Erstellung. Die soll zuerst kommen. Dann habe ich Software. Und zu guter Letzt die Technik. Dann müssen wir die Unterkategorien nur noch zuordnen. Und zwar haben wir da zuerst Hosting, WordPress. und Elementor, Hosting, WordPress, Elementor. Dann Kategorie 2 haben wir im Bereich Software, Plugins, Produktivität und Workflow. Plugins, wo seid ihr? Plugins, hier sind sie, Produktivität und Workflow. Dann haben wir E-Mail-Marketing und SEO. Zack, zack. Jetzt noch Kategorie 3, Technik, Video-Erstellung, Video-Erstellung, Tontechnik und das Licht. Perfekt. Wenn ich jetzt auf Menü Speichern klicke, ist ja eigentlich alles schon fertig. Kann das so einfach sein? Ja, es ist genau so einfach. So, Menü gespeichert. Ich gehe auf die Website. Ich klicke auf Aktualisieren. Und ich freue mich riesig, weil die Darstellung da ist. Allerdings noch ein bisschen durcheinander. Aber das zu fixen, fällt wieder in den Bereich Design und ist kein Problem. Also, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach hier in den Elementor Theme Builder gehen. Ich sage mit Elementor bearbeiten, Header, Template, Kopfzeile. Zack. Klick da einmal drauf. Und jetzt würde ich einfach sagen, das Logo von der Spaltenbreite her, das ist jetzt alles gleich breit. Also 33. Ich würde jetzt sagen, dort 25%. Hier auch nur 25 für die Social Icons. Vielleicht immer noch zu viel. Sagen wir mal nur 15. Und da haben wir hier jetzt 60 für den Rest. Zack. Ich klicke auf Speichern. Du hast gesehen, das war ein Ding von 10 Sekunden. Das sind alles Sachen, darum geht es nicht. Es geht um die Struktur und das Design anpassen ist in den meisten Fällen keine Herausforderung. Also, wir haben jetzt hier den Bereich Website-Erstellung, Hosting, WordPress, Elementor, Software, Plugins, Produktivität und Workflow, E-Mail-Marketing, SEO. Technik, Video-Erstellung, Tontechnik, Licht. Was sollte ich sagen? Ich bin begeistert. Jetzt geht es natürlich noch darum zu testen, ob alles funktioniert. Bevor wir das machen, noch ein Wort zum Design. Du siehst jetzt hier, meine Menüdarstellung ist aktuell so, dass wenn ich hier drüber gehe, das so angezeigt wird. Das kann man jetzt natürlich auch noch breit über den ganzen Bildschirm machen oder kleiner, größer, mit gelb oder ohne gelb. Auch das Design. Nein, ich habe bereits ein Video gemacht über den Elementor Header. Wenn wir dieses Video jetzt über die neuen Kategorien suchen würden, dann müssten wir dieses ja eigentlich auch schnell finden. Denn ich möchte dir an dieser Stelle gerne sagen, schau dir auch auf jeden Fall mein Video zum Elementor Header an, wo dann eben auch beschrieben wird, wie du die Einstellungen zur Darstellung hier eben anpasst. Weil auch ich werde das bei mir natürlich noch anpassen. So sieht das noch ein bisschen komisch aus, obwohl so schlimm finde ich es gar nicht. Aber da gehe ich auf jeden Fall nochmal rein, auch dass es größer dargestellt wird. Also einen Elementor Header würde ich jetzt wahrscheinlich finden im Bereich Website-Erstellung Elementor. Ich klicke einfach mal drauf und schaue, was passiert. Also er wird richtig angezeigt, aber es ist noch nicht wirklich das Design von unserem Template. Das fixen wir gleich. Ich möchte dir nur zeigen, ich weiß schon woran es liegt, aber wenn wir jetzt einfach nur auf die Oberkategorie für das Erfolgserlebnis drücken, Website-Erstellung, zack, dann siehst du, dass das, was wir gerade gemacht haben, wunderbar funktioniert. Es kommen alle Videos zum Thema Website-Erstellung. Es wird wunderbar dargestellt. Wir klicken auf Software, das Gleiche. Hier alle meine Videos, die ich rund um Software gemacht habe und wir testen noch die Technik. Du siehst, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Website-Erstellung, auf Elementor klicke, dann ist noch dieses Design, was so standardmäßig ist, was eigentlich kein Design ist. Das bedeutet, wir gehen nochmal in den Elementor Theme Builder. Dort natürlich in unsere Archivkategorie und dann sagen wir Archiv, Template, Website-Erstellung, rechte Maus auf, mit Elementor bearbeiten, neuer Tab, Software, rechte Maus mit Elementor, Technik, rechte Maus mit Elementor. Wir gehen in die erste Kategorie Website-Erstellung, klicken rechts neben Speichern auf das Dreieck, Bedingungen anzeigen und sagen, Bedingungen hinzufügen, Kategorien oder, also ich würde jetzt hier hingehen und noch die Kategorien, also die Unterkategorien ersetzen, wie zum Beispiel Hosting, WordPress und Elementor. Aber was für mich jetzt auch interessant wäre, weil es sind ja Unterkategorien der Oberkategorie Website-Erstellung. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, direkte Direct Child Category of oder Any Child Category of, müsste beides funktionieren. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, Website-Erstellung. Rein theoretisch würde das schon genügen und ich bin nach zwei statt sechs Klicks fertig. Ich teste das einfach mal und sage Save and Close, dann gehe ich wieder zu meiner Website, ich klicke auf Aktualisieren und et voilà. Ach okay, wir sind nach einer Website-Erstellung, ich gehe zu Elementor und es funktioniert. Elementor, ich liebe dich. Wir testen das Ganze nochmal im Bereich Software und schauen, ob sich der Header verändert und die Überschrift, die du hier siehst. Also Software und jetzt zum Beispiel E-Mail-Marketing habe ich noch nichts. Diese Unterkategorien zum Beispiel werde ich jetzt nochmal vielleicht kurz rausnehmen, solange wie ich dort eben noch keine Beiträge habe. Aber in meinem Pages-Dokument stehen sie schon fest und sie stehen auch in meinem Plan fest. E-Mail-Marketing wird kommen auf diesem Kanal, definitiv. Und alles andere, was hier in den Kategorien ist, genauso und auch noch viel, viel mehr. Aber ich nehme jetzt zwei, drei Kategorien, die ich aktuell noch nicht bespielt habe, erstmal raus, bis in den nächsten Tagen auch dazu Videos kommen werden. Aber wir sind hier im Bereich Test, klicken erstmal auf Software und sehen hier Software. Okay und dann wählen wir jetzt eine Unterkategorie von Software, zum Beispiel Plugins. Klicken da einfach mal drauf und das haben wir noch nicht eingestellt. Klassischer Vorführer-Effekt. Wir gehen jetzt wieder in das Archiv-Template der Kategorie Software, was wir eben schon aufgemacht haben. Das sehen wir hier oben in der Beschreibung und gehen auch hier rechts auf diese drei Pfeile neben Speichern. Einfach nochmal drauf und sagen Bedingungen anzeigen, Bedingungen hinzufügen. Und dann sagen wir Direct Child Kategorie of Software. Wir klicken auf Software. Save and Close. Und dann haben wir natürlich noch die Kategorie Technik. Hier machen wir das gleiche auch noch, weil man sollte erst testen, wenn man alles eingestellt hat. Direct Child Kategorie of Technik. Zack, Save and Close. Jetzt haben wir es. Wir gehen nochmal an den Test. Ich klicke auf Aktualisieren und dann passt das. Und ich habe jetzt hier gerade mein Handy in die Hand genommen, um mal zu gucken, wie es auf dem Handy aussieht. Und auch da finde ich, ich hoffe man sieht das hier, so ein bisschen in der Kamera wird es richtig, richtig cool dargestellt. Das ist immer so der Praxistest. Einfach mein Handy in die Hand nehmen, den ich bevorzuge. Weil man sieht natürlich auch die Darstellung hier, wenn man jetzt zum Beispiel geht auf Templates, Theme Builder, Kopfzeile, Header Template mit Elementor bearbeiten. Und die Desktop Version haben wir schon angepasst. Jetzt können wir natürlich nochmal klicken im Bereich Responsiv auf Tablet. Da sieht die ganze Geschichte so aus. Und dann noch auf Handy. Da sieht es so aus. Gefällt mir. Hier würde ich jetzt auf jeden Fall die Schriftgröße nochmal größer machen, von dem was aufgeht, wenn man eben irgendwo drauf drückt. Also ich bin jetzt hier mal in der Darstellung für das Tablet, weil da sieht man es besser, wenn das Menü aufgeklappt ist. Also hier aufklappen, aktiv, Typografie. Und hier sage ich jetzt bei Größe 18. Da finde ich es schon ein klein wenig übersichtlicher. Dann gehe ich nochmal auf das Handy. Da wirkt es mir dann wieder vielleicht ein kleines bisschen groß. Hier würde ich mich jetzt vielleicht mal so im Bereich 16 orientieren. Gehe ich noch zum vertikalen Innenabstand. Den mache ich dort noch ein kleines bisschen kleiner. Ungefähr so. Weil so ist es schon ein bisschen sehr auseinandergezogen. Vielleicht so. Genau. So gefällt mir das schon ganz gut. Wenn man es dann vielleicht noch individueller haben möchte, das Menü, dann kommt man schon in den Bereich von Kroko-Block, wo man die Sachen sich dann nochmal ganz, ganz separat designen kann. Aber ich denke, so genügt uns das jetzt erstmal. Ich klicke auf Speichern und check die ganze Geschichte jetzt nochmal kurz an meinem Handy. Und ja, wie du siehst, jetzt ist das hier alles ein bisschen größer. So gefällt mir das. Und ich weiß schon, dass ich in ganz naher Zukunft bei einer Tasse Kaffee ganz gemütlich hingehen werde. Und dieses Bild hier oben, oder diese drei Bilder, die ich eben erstellt habe, die werde ich noch ein bisschen größer machen, sodass das dann eben auch auf der mobilen Darstellung besser passt. Ich denke, du weißt, was ich meine, weil ich schaue hier auf dem PC, sieht das ganz gut aus. Aber wenn ich jetzt hier auf Responsiv gehe, Tablet, da bin ich ein bisschen klein. Bedeutet, ich gehe zu Canva hin. Und ich hatte hier eingestellt in der Höhe 300 Pixel. Da mache ich 600 raus. Weißt du was? Vielleicht ist es ein Thema, was dich interessiert. Genau deswegen bist du auf dem Kanal. Wir machen einfach mal das Bild für Technik gemeinsam, sodass du weißt, was ich meine. Bedeutet, wir gehen zu Canva. Und hier siehst du meine Bilder im Bereich Designstechnik. Ich gehe jetzt mal drauf und ich sage jetzt einfach Größe ändern. Wenn du noch kein Canva hast, dann gehe einfach auf stefan-wirt.de slash tools. Enter. Und hier habe ich auch Canva beschrieben als ein Tool, das ich wirklich liebe. Wie bereits erwähnt, ist ein Affiliate Link. Und hier zahlst du nicht mehr, wenn du über diesen Link zu Canva gehst. Sondern ich kriege eine kleine Provision, worüber ich mich natürlich sehr freue. Das unterstützt dieses Projekt hier. Und dann kann ich eben auch in Zukunft weiter Anleitungen für dich machen. Also, ich sage jetzt hier Größe ändern. Und Höhe nicht 300, sondern 600. Damit ich eben nicht so klein bin auf dem Bild. Dann sage ich hier Kopieren und Größe ändern. Ich mache das gleiche jetzt nochmal mit den anderen. Und zwar gehe ich da jetzt auch auf das Software-Bild. Ich sage Größe ändern. 600. Kopieren und Größe ändern. Und dann natürlich noch das letzte. Website-Erstellung, Größe ändern. Höhe 600. Kopieren und Größe ändern. Wunderbar. Okay, ich bin jetzt nochmal in Canva hier im Bild der Website-Erstellung. Ich habe hier die Größe nochmal manuell geändert, weil da irgendwie was nicht hundertprozentig funktioniert hat. Ist aber nicht schlimm. Du merkst, du bist hier live dabei. Wir machen die Geschichte hier noch ein bisschen größer. So gefällt mir das. Das vielleicht noch ein bisschen größer. Und dann passt das Bild für die Website-Erstellung. Wir klicken jetzt endlich auf Download. Machen das gleiche noch bei den beiden anderen Bildern. Und zwar haben wir jetzt noch die Technik. Zack. Genau. Größe ändern. Das ist 600. Okay. Dann ziehen wir auch hier das Bild jetzt noch ein bisschen größer. Perfekt. So. Auch hier machen wir den Text noch ein bisschen größer. Wenn wir am Ende zufrieden sind und das alles gut passt, dann können wir uns auch hier eine schöne Vorlage erstellen. Die zweimal kopieren und dann die Sachen einfach nochmal reinschreiben, sodass das alles sehr, sehr einheitlich ist. Aber gerade am Anfang, du siehst das hier, deswegen schneide ich das alles einfach mal live mit. Muss man eher ein bisschen testen, ob es funktioniert, um seinen Weg zu finden. Und dann kann man sich die Muster dafür bauen. Also, wir gucken wieder, dass die Haare hier oben so ein bisschen anstoßen. Technik. Download. Zack. Und jetzt haben wir nur noch eins übrig. Das ist die Software. Auch hier ziehen wir den Stefan. Kleines bisschen größer. Zack. Wunderbar. So. Passt mir das ganz gut. Schrift machen wir auch wieder ein bisschen größer. Weil die Software natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Download. PNG. Wir gehen zurück zu Elementor Archiv. So. Wir haben es geschafft. Hier sind wir im Archiv. Template für die Website-Erstellung. Bedeutet, wir nehmen jetzt das Bild für Website-Erstellung. Einfügen. Und es ist immer noch so klein. Mal schauen, ob das hier... Nein. Jetzt hat er sich aktualisiert. So gefällt mir das dann doch schon wesentlich besser. Ich denke, du siehst den Unterschied. Und auch wenn wir jetzt auf mobil gehen, wirkt das hier viel, viel besser als das hier, was einfach viel, viel zu klein war. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, ob wir das Große auch für die Desktop-Darstellung verwenden sollten. Dazu mache ich hier einmal kurz die Abstände weg. Und hier noch das gleiche Spiel. Dann sagen wir hier jetzt im Bereich Inhaltsbreite, volle Breite. Jetzt müsste man da... Ich mache das mal kurz weg. Zack. Wirkt jetzt ein bisschen verpixelt. Aber das kann ich noch scharf machen. Ich weiß, wo da die Stellschraube ist. Aber trotzdem finde ich es so erstmal okay. Und ich würde jetzt lieber das nehmen, als das kleine hier oben. Also das gefällt mir besser, wenn es so groß ist. Bedeutet, so machen wir es. Wir löschen das kleine und nehmen jetzt nur das große Tablet. Handy. Wunderbar. Klicken hier auf Speichern. Da gehen wir zu unserem Template für die Software. Und damit wir die ganzen Abstände jetzt nicht nochmal machen müssen, sagen wir einfach nur duplizieren. Ach so, weil wir halt erweitert. Hier hatten wir oben 20. Das müssen wir natürlich jetzt hier auch wieder rein machen, damit das alles einheitlich ist. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier die Software. Das können wir schon löschen. Und wir wählen jetzt das andere Bild aus, nämlich die 2 für Software. Hier einfügen. Vielleicht ein bisschen sehr groß, aber wie gesagt, hier würde ich mich jetzt schon wieder an Designsachen aufhängen. Das, wo ich am Anfang meinen Vortrag gehalten habe. Aber die Beschriftung hier sollten wir noch anpassen. Und zwar machen wir das so, so. Und auch hier kopieren wir den Titel in Alttext, Beschreibung. Und bei der Technik genau das Gleiche. Zack. Okay. Software passt. Speichern. Dann haben wir hier den Bereich Technik. Dort wählen wir jetzt auch das neue Bild aus. Für Technik. Einfügen. Speichern. Und wir machen den finalen Check, ob alles funktioniert. Bedeutet, wir gehen zu stefan-wirt.de. Und hier auf der Startseite ist alles wie gehabt. Auch das wird sich weiterentwickeln, weil du siehst ja quasi noch keinen Hintergrund. Nur so ein Verlauf, der, denke ich, erst mal okay ist. Aber jetzt geht es um die Kategorien. Und hier haben wir Website-Erstellung, Software, Technik, Tools. Wie cool ist das denn? Innerhalb von ein bisschen mehr als einer Stunde alles eingerichtet. Wir klicken auf Website-Erstellung für den Test. Und wunderschön. Wir sehen direkt, worum es geht. Es geht um Hosting, WordPress und Elementor. Okay, hier fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich daheim. Hier möchte ich bleiben. Wo sind die Hausschuhe? Ich erzähle das so ein bisschen mit Spaß. Aber das ist wirklich wichtig, weil Menschen, die auf deine Website kommen, die kennen dich noch nicht. Die kennen dein Unternehmen noch nicht. Die kennen deinen Blog noch nicht. Die kennen deine Hundeschule noch nicht. Oder was auch immer. Es geht darum, mit einfachen, klaren Worten, Stichpunkten zu beschreiben, worum es geht. Sodass der Interessent, der potenzielle Kunde, Käufer oder potenzielles Community-Mitglied, was auch immer. Diese Person muss erkennen, okay, das hier ist für mich. Hier kann ich weitere 5 Sekunden meiner Lebenszeit verbringen. Und wenn mich dort irgendwo ein Beitrag überzeugt oder ich mich irgendwo noch wohler fühle, dann werde ich vielleicht Fan und komme öfter wieder. Also es ist wichtig, dass auf den ersten Blick klar ist, worum es geht. Und warum erzähle ich dir das? Weil wenn wir hier auf den Screen schauen, dann, hey, es ist glasklar, worum es geht. Es geht bei Stefan Wirt um. Lerne, wie du mit WordPress deine Website selbst erstellen kannst. Los geht's. Okay. Und hier gibt es Anleitungsvideos. Oder Website-Erstellung, WordPress. Website-Erstellung, Hosting, WordPress, Elementor. Okay, ich verstehe, worum es geht. Oder Software, Plugins. Plugins, Produktivität und Workflow. E-Mail-Marketing, SEO. Hey, das sind ja auch Themen, mit denen ich mich beschäftige. Das ist genau für mich. Oder Technik, Video-Erstellung. Ich klicke da drauf und das passt einfach. Wunderbar. Und an dieser Stelle möchte ich dich noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar war es sehr wichtig, dass du das bis hierhin in dieser Art und Weise gesehen hast oder vielleicht sogar mitgemacht hast. Aber ich wusste von vornherein, dass ich diese Unterkategorien erst mal in der Menüführung zumindest wieder rausnehme, weil ich eben in diesen entsprechenden Unterkategorien noch nicht so viel drin habe. Bedeutet, mein Menü wird dann nach diesem Video höchstwahrscheinlich einfach nur so sein, dass hier steht Website-Erstellung, Software-Technik. Man klickt drauf und man hat dann diese drei Templates. Wieso sage ich dir das? Weil, wenn du jetzt wirklich auf das Detail achtest und wir schauen mal in das WordPress-Backend zu meinen Beiträgen rein und wir gehen jetzt einfach mal in die Kategorie Software. Du siehst, dass zum Beispiel dieser Beitrag hier, Tipps und Tricks, Canva, der ist drin in aller Artikel, Produktivität und Workflow und Software, also Oberkategorie Software und Unterkategorie Produktivität und Workflow. Das bedeutet, wenn ich auf der Website bin und ich klicke auf Software, dann logisch ist dieser Beitrag hier. Wenn ich jetzt allerdings in der Oberkategorie mir die Unterkategorie Plugins aussuche, dann sollte Canva eigentlich nicht mehr angezeigt werden, weil, wie du hier siehst, Canva ist nicht in der Kategorie Plugins. Es wird aber noch angezeigt. Wie du hier siehst, woran liegt das? Das liegt einfach nur daran, weil wir gemeinsam ein Archiv-Template für die Kategorie Software erstellt haben. Und wenn wir jetzt wollen würden, dass eben auch die Unterkategorien auch nochmal separat angezeigt werden, dann müsste man hier eben noch vier weitere Unterarchivseiten im Elementor Theme Builder erstellen für Plugins, Produktivität und Workflow und E-Mail-Marketing und SEO, wo man dann eben hier bei den Beiträgen, ich zeige dir das kurz, hier, zack, auswählt, nicht Kategorie Software, sondern das dann einfach löschen und dann einmal Plugins, dann alles kopieren, einfügen nochmal und dann Produktivität und so weiter und so fort, sodass man dann wirklich für jede Unterkategorie nochmal ein separates Template hat, sodass das dann eben auch funktioniert mit der Gliederung oder mit der Auswahl der Beiträge, wenn man auf diese entsprechenden Unterkategorien klickt. Denn wenn du jetzt hier siehst, bei mir zum Beispiel im Bereich Technik, ich klicke auf Licht, dazu habe ich noch keine Beiträge, aber es zeigt mir trotzdem alles aus der Kategorie Technik an, weil wir hier bei den Beiträgen eben eingestellt haben, Technik. Ich habe es dir trotzdem in der Form zeigen wollen, weil wenn du jetzt schon so viele Beiträge hast, dass du diese ganzen Unterkategorien schon mit 5, 6, 7 Videos oder wie auch immer füllst, sodass diese Sortierung dann auch noch Sinn macht, dann ist es sinnvoll, das von Anfang an eben auch richtig aufzubauen, sage ich mal. Bei mir allerdings macht es jetzt natürlich noch keinen Sinn, wie anfangs des Videos auch erwähnt. Zum Beispiel zu SEO habe ich noch nichts und da würde es mir jetzt erstmal eben auch zum Beispiel genügen. Man klickt hier drauf und sieht dann alles so aus dem Bereich Software, also auch relevante Themen. Aber diese Untermenüpunkte, die mache ich bei mir jetzt erstmal wieder raus, bedeutet, ich gehe in mein WordPress Backend Beiträge Kategorien und hier sage ich jetzt fürs Erste, halt natürlich löschen wir die Kategorien oder beziehungsweise die Unterkategorien unserer Kategorien nicht hier, weil, wie gesagt, wir denken langfristig und haben uns schon mal alles richtig vorbereitet. Wir gehen jetzt zu Design Menüs und hier nehmen wir die jetzt einfach aus der Menüführung wieder raus. Okay, to make a long story short, ich hatte versehentlich die Kategorien in den Kategorien gelöscht beziehungsweise die Unterkategorien, jetzt wird es verrückt und eben nicht hier in meinem Design Menübereich für den Header eben. Das hast du nicht gesehen, das habe ich rausgeschnitten. Deswegen sind jetzt hier auch die Unterkategorien in meinem Menü verschwunden, was ich ja eigentlich erreichen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige dir jetzt kurz, wie es bei mir aussieht und zwar habe ich im Bereich Beiträge, Kategorien jetzt alle Kategorien noch drin. Das bedeutet die Oberkategorien, alle Artikel, Software und so weiter und so fort mit den Unterkategorien. Aber unter Design Menüs habe ich jetzt nur noch für die Navigation, weil mir das am Anfang wirklich erstmal so perfekt ausreicht. In der Menüführung hier oben eben Website erstellung, Software, Technik, Tools und du siehst, da geht jetzt auch erstmal nichts mehr auf von den ganzen Unterkategorien, sage ich mal. Das kommt dann im nächsten Schritt. Ich freue mich trotzdem, dass du alles bis zu dem Punkt eben gesehen hast, wie man die Hauptkategorien anlegt, wie man die Unterkategorien anlegt, wie man auch die entsprechenden Archive dafür anlegt und wenn du es genauso ausführlich machen würdest, ist, dass man auch die Unterkategorien noch in der Menüführung auswählen kann, dann musst du ganz einfach nur noch weitere Archivseiten für diese Unterkategorien anlegen, so wie wir es eben auch für die Hauptkategorien gemacht haben und beim Speichern wählst du dann einfach im Bereich der Bedingungen aus, dass es dann eben nicht in der Hauptkategorie angezeigt werden soll, deine Auswahl, die du dort auf dieser Archivseite getroffen hast, sondern eben für die Unterkategorie. Und ich gebe es zu, das Video ist jetzt höchstwahrscheinlich ein ganz kleines bisschen länger geworden, als ich das ursprünglich geplant habe. Vielleicht ist es sogar das längste Video auf YouTube, was sich mit dem Thema Kategorien beschäftigt. Aber wie eingangs erwähnt, haben wir nicht nur plump die Kategorien in WordPress erstellt, mit denen du natürlich erstmal absolut nichts anfangen kannst. Es geht auch darum, bei einem schönen Blog diese dann eben auch darstellbar zu machen, sodass der Nutzer auf die Kategorien klicken kann, sodass es verschiedene Seiten gibt, verschiedene Archivseiten, wo du dann links und rechts vielleicht passende Affiliate-Links einbinden kannst oder irgendwelche Werbesachen von deinen Partner-Netzwerken, A-Win, was auch immer. Wenn du dich ein bisschen im Bereich Affiliate-Marketing auskennst, dann weißt du genau, warum es so extrem viel Sinn macht. Also, du hast gelernt, wie man in WordPress Kategorien erstellt, wie man dazu zugehörig Unterkategorien erstellt, wie man für diese Kategorien mit Elementor Pro im Theme Builder Themes erstellt, sodass dann eben eine entsprechende Kategorie in einem dazugehörigen Theme auch wunderschön für die Archivseite dargestellt wird. Und du hast gesehen, wie man dann im finalen Schritt die Kategorien auch noch in der Menüführung einbindet. Du merkst, das Video geht schon einige Zeit, das Sprechen fällt mir schwer, aber ich habe dir hier mit diesem Video vollkommen kostenlos all das Wissen weitergegeben, was ich rund um diese Thematik habe. Und genau das war mein Ziel. Wenn du von Anfang bis hier dran geblieben bist, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. WordPress Kategorien in Kombination mit Archivseiten und Elementor ist jetzt ein Thema, in dem du dich bestens auskennst, wo keine Fragen offen sind. Und solltest du noch Fragen haben, dann einfach ab damit in die Kommentare hier bei YouTube. Ich probiere auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten. Drückt bei diesem Video liebend, liebend gern auf Gefällt mir, wenn dir das Video gefallen hat. Und natürlich freue ich mich noch mehr, wenn du meinen aktuellen brandneuen YouTube-Kanal abonnierst, sodass du hier von der ersten Stunde an dabei bist. An dieser Stelle brauche ich jetzt nicht erwähnen, um was es gehen wird. Das hast du gerade auf meiner Website gesehen. Und ich würde mich riesig freuen, dich in einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Und ich sage bis dahin, dein Stefan. Ciao.